ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 ja haben also ich hab jetzt eine kurze Aufnahme Pause immer er hat alles gewendert und so weiter Blablabla Blubblub und Prozent jetzt geht's in Richtung nun Giger Hirn Nalo tut mir leid Stromschocker Kürzgang Kürzgang dann würde ich mir mal die Teilen noch ein neuer komm her komm her viel lang ist es auch neu? ja anscheinend gut neues Teil kommt noch ein neuer? ne wahrscheinlich nicht da schau ich mal kurz wo ist das Teil doch ist schon das ähm mal schauen was ich da ein neues Zeug hab hab wahrscheinlich führt das da ähm ne was hab ich denn jetzt neu bekommen Sperrbewusstungen ah das hab ich bekommen genau warte Tesla Spule will ich Kinder der Kammer ähm Ali schmuddeln schmuddeln Angel also also weiß schwarz sieht schon immer geil aus so ähm ich wenn mal hier dann schauen ob ich hier was Neues hab äh ich glaube nicht vielleicht neun neun Skin aber ja oh ich will Kuh ja danke so dann let's go mega Hirn weee ja ja in der Zeit ja 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 dein letztes Stündchen oh das ist ja sie wo hallo 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 wieso wartet er eigentlich auf mich der Welt denn du musst ja nicht gegen den Kämpfen oder ich habe mir Kämpfe zusammen ja 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 natürlich tust du das ja 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 die ja 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 ich möchte Intelligenz, okay. Okay, also bis jetzt ist der ziemlich easy, ne? Naja, in dessen einfach ist auch gut. Na komm, okay. Hat er hier schon mal wie die abschneidet? Warte, ne, nicht aufprall, sondern... Ah, die Musik wieder, ne? Ja, also schwer ist er jetzt nicht, ne? Ich hab mal voll der Rüstung, der ist fast tot. Hm. Und selbst die Gatling macht nicht viel Schaden. Naja. Aber ich mach's trotzdem, was so cool ist. Awww, mad smiley. Awww. Ab nach die... Oh, was ist das denn jetzt? Hey. Hi. Tetris! Ist das cool! Und Markup! Bam! Oh! Oh! Ja, schwerer, also der von der Moxie, der war um einiges schwerer. So, gut! Das war das Giga-Hirn. Hallo! Du hast meinem Giga-Hirn das Hirn weggepustet. Unter Füßen bist du nicht zufrieden, was? Schon klar. Mein Vater sagte einmal, ich sei an zwölfter Stelle, um das Unternehmen zu leiten. Also habe ich unseren Stammbaum mit elf Schnitten zurecht gestutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Denk darüber nach. Jetzt, wo du mir die Fähre gekommen bist. Bam! So, gut! Dann neue Skill! Ähm... Was ist das? Verlässt bleibt der... Yeah! Geil! Das wollte ich immer haben. Dass, äh, der... Mein Bär noch ein bisschen da bleibt. Und weiter ballert, hoffe ich. Gut! Was ist jetzt? Kehren sie zur Basis zurück. Haben wir hier noch ein... Abgeschlossen. Feindliche Übernahme. Begib dich zum Versteck. Okay. Müssen wir da wieder zurück... Ups! Genau. Jetzt müssen wir da hin wieder. Ja. Untersuchen. Technisches Knockout. Finde... Finde einen Wissenschaftler namens Quinn und hole dir die bahnbrechende Anti... bla bla bla. Da ist dieser Typ. Quinn. Ein Wissenschaftler, der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Ja. Der nächste, bitte. Tod oder lebendig. Ich brauche auf jeden Fall die Nici's Truckplane für dieses Knockhack-Ding, an dem er gearbeitet hat. Diese kleinen Bastarde könnten uns echt weiterhelfen. Oh, jetzt geht's aber ab jetzt hier. Hey. Schnauze. Oh, du lebst noch. Ah, hinter mir? Ah, da. was ist das denn schaue ich mal gleich nach ich mag den sniper das gut so also was macht er denn da ist noch einer irgendwo da das da ist immer einer der sich festgehangen hat naja naja so kritisch war ein waffenschub ja ne ist nicht so gut wie meine hallo so bisschen nachschub Geld brauche ich jetzt gerade nicht ich brauche Muni 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 da ist Muni da ist Muni ah und da ist Geld da ist wieder Geld ne doch nicht so jetzt geh jetzt gehörte geübt sich zum Versteck wieder was trinken ja hier hätte ich ja auch einfach Muni kaufen können ähm so den behalte ich weil der mit ähm Feuer ist das ist immer gut ähm genau verkaufen 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 ja das kann ich verkaufen das da verkaufen nicht das verkauffähig plus 1 plus 1 plus 300 verkaufen 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 äh für meine pro Sekunde nee plus 1 plus 1 gut ah ja jetzt ah immer noch nicht verdammt nächstes Level dann wahrscheinlich Level 16 was glaube ich ähm beim anderen also beim 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 na bei Borderlands 2 war es glaube ich Level 16 bis man das bekommen hat oh man gesagt muss ich natürlich da unten hin was ist da Spieler Wegpunkt hat entschieden dass dieser Ort wichtig ist Kloake Knast ähm das klingt natürlich sehr gut Crew Herausforderungen Blinder sind sie hier ähm jetzt haben wir alle drei ok so ups der ist ganz da unten na schön ich will mal zu dem lilanen Punkt davor dringen ich weiß halt nicht ähm was das zu bedeuten hat ja schön dass du Marmelade liebst ist mir doch egal ich ich sehe totes Fleisch mh lecker äh kann ich da hoch gut dann gehen wir mal hier rum hey hey should we go aww sorry hi 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 so was ist das für eine keine interessante sehr schön ah da ist noch einer hä da oben oder was was heißt das für ein Geräusch hat wenn nur ich das oder hört ihr das auch naja gut mein Fußlifter so ähm da unten oder ja jetzt hier okay alles klar einfach die Runde Runde und was ist da so tsch tsch so tsch 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 die Das Lüftungssystem dieser Faker-Kapsel ist gerade außer Funktion. Mach die Tür aus! Bürger, ich kann Sie erst entlassen, wenn die Strafe komplett bezahlt ist. Wenn ich hier raus bin, kacke ich Sie auf meinen Prozessor! Androhungen von Fäkalverbrechen sind ein Klasse 7 vergehen. Hey, ist da jemand? Hol mich raus! Dieser Scheißhaufen hält mich hier fest! Diese KI will mich nicht gehen lassen! Hilf mir, dann hebe ich dir eine geschmuggelte Kanone! Okay. Scheiße Trashmouse, du musst diesen vor Scheiße zießenden KI-Tipp einfach gegen einen Frau austauschen, der das Gesetz etwas lockerer interpretiert. Quasi ein böser Kropfwort! Die krankalieren meine Leute immer wegen Bestechungsgeld. Die holen mich hier raus! Finde sie! Bürger, vielen Dank, dass Sie die Faker-Kapsel gewählt haben. Du bist eine Glühbirne in einem Preis aus! Ich fahle gar nicht! Fluchen ist ein Klasse 1 vergehen. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von 5.000 Dollar erhalten. Wenn ich hier raus bin, schreit ich dir deinen KI-Tipp zu! Androhungen von 5.000 Dollar. Ja, das hatten wir schon. Warte, dann verfolgen wir mal die. Verbrechen sind ein Klasse 7 vergehen. Sprich mit der Crew. Okay. Wo ist die Crew? Manösa von rufen, okay. Was hier nicht neben K inspired? What the fuck? What the fuck? Keine Ahnung was ist eigentlich, es ist ein Gute Folge. Wow sie liebt noch ja viel spaß gut da drin darunter ja 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 alle dahinter das ist ein kleiner Zweck hier war auf einem Arsch wunderbar Spiel Spielack Du musst das Gebäude verwüsten Meine Lungen sind voller Methan und alter Reg Pisse Das ist wie moderne Kunst hier drin Also irgendwie nicht so schön Oh Gott Also irgendwie nicht so schön Eine Regierungskeit zu bedrohen ist ein Klasse 2 vergehen Wenn du mich nicht rauslässt Sterben in einer Stadreise ist ein Klasse 3 vergehen Klasse 3 Sie sind ausgebracht, Bürgern Notfallbeugungsmotokoll Kuhl Das bin ich Die Seriener sieht auch cool aus Was ist das jetzt? Keine Ahnung Keine Ahnung Gürgern Diese Sorge Wenn ihr vorgelegt in meiner Klappe landet Sind sie verhaftet Kommt der jetzt hoch oder was? Hä? Jetzt hab ich Schreibe von Schreibe von Läder Bäh Fluchen ist ein Klasse 1 Vergehen. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von 5.000 Dollar erhalten. Wo zur Hölle bin ich? Oh Gott, verdammt! Hä? Was ist das? Lass mich hier raus! Hä? Ja, was haben wir denn hier? Hä? Illegale Bäuerwatte. Wenn Sie raus wollen, Bürger, wird das teuer. Ich betale ein Treibbrett. Und das war doch nicht gewalt. Okay, heute ist es... Was war das denn? Wahrscheinlich ein fetter Bug. Halt sie aus, die regnen später. Komm und hol's dir! Was ist denn? Und der ist immer noch da. Was ist das? Oh, Waffenschmuckstück. Ein Fekalbrunnen. Ein wunderbarer Tag. Und los geht's! Und los geht's! 圣 Und noch mal geht's! ри wieso fliegt er jetzt hoch was zum hänker ich frage mich wo er hin ist ich will die kanone ja aber wieso ist er jetzt losgeflogen habe ich irgendwas abgebrochen na verdammt jeder ist komplett aus der aus der map hier raus dann gehe ich mal weiter aber zu das machen wir dann in der nächsten folge danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat gefallen und ihr seid das nächste mal wieder dabei bis zum nächsten mal wieder 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 Vielen Dank.